Fertig! Wow, Dad, das war ja voll cool! Kann ich auch ein Red Bull probieren? Oh mein Gott, kannst du ein Red Bull probieren? Ich wäre beleidigt, wenn du es nicht hittest. Hier hast du ein paar Dosen. 1, 2, 3, 4, 5, gut, schon, nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie! Das würde Woody Woodpecker sagen. Na gut, ich gehe raus und merke die Kuh. Peter, wo hast du diese Kuh her? Das ist eine blöde Frage, Lois. Ich habe sie gekauft, damit wir jeden Tag frische Milch haben können. Oh, Mann, dieses Red Bull ist wirklich starker Stoff. Offizieller Blumeneinsatz! Was machst du, Peter? Ich mix mein eigenes Red Bull. Lois kann mich nicht davon abhalten, die krankhaften Höhen und Tiefen zu erleben, nach denen mein Körper verlangt. Moment, du schüttest da Kerosin rein? Das ist Wahnsinn, das zerstört deinen Körper. Kerosin ist Treibstoff, Brian. Red Bull ist Treibstoff. Kerosin ist Red Bull. Lass mich in Ruhe, während ich mich dieser Aufgabe widme. Dieser Drink wird dich umbringen. Brian, was mich umbringt, macht mich stärker. Siehst du, Brian, mir geht's großartig. Peter? Peter, lebst du noch? 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 Vielen Dank.